Musik Mein Name ist Laura Salzer und ich mache mein Fachabitur an der Nahaus in Dietz. Und ich bin hier Besucherin auf dem Westerwald Campus und habe mir die Schule schon mal angeguckt mit meinen Mitschülern zusammen, mit unserem Klassenlehrer und war begeistert. Also hier kommt man rein und hier fühlt man sich wohl. Es ist alles sehr hell, sehr offen, die Leute sind freundlich. Ich wurde direkt wiedererkannt, was mich auch sehr gefreut hat. Frau Groß kam direkt auf mich zu und man fühlt sich hier wohl. Mein Name ist Sebastian Günther. Ich studiere jetzt hier im achten Semester im Studiengang Werkstofftechnik, Glas und Keramik. Die Studienbedingungen sind meiner Meinung nach ideal. Die Gruppen sind sehr klein, es sind keine überfüllten Hörsäle. Die Ausstattung ist vergleichsweise sehr gut hier, auch in den ganzen Laboren. Ich habe jetzt vor kurzem meine Diplomarbeit geschrieben in der Firma in der Nähe von Trier und bin nun eingeschrieben für den Masterstudiengang, der seit kurzem hier angeboten wird. Bis zum nächsten Mal.